Was ist die Seele meiner Patienten vor meiner Behandlung? Sie ist sehnisch und psychisch sehr am Ende, genauso wie körperlich. Sie steht kurz vor einem Burnout. Das ist meine Kundin Marina. Momentan leidet sie vom Burnout, vom Druck von der Arbeit. Ich versuche, dass die Marina, wenn ich fertig bin, diese Basalt, Wellness, positive Energie, dass Marina wieder in Balance ist. Und mein Plan ist genauso wie das, wenn die Marina fertig ist. Wenn alles flog, die Erlösung, ich gebe das Best, dass Marina wieder zurückkehlt. Das ist die Behandlung. Das ist die Behandlung. Das ist die Behandlung von Marina. Danke schön. Das ist die Behandlung von raisst. Das ist äiti. Aber Nach Los kann mich versuchen Lockers zu seamen. Aber nachosa dann geht's, die Gudlisch in der Sonnengerammerung. Das ist die Behandlung ganze Trements! Und wenn das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020